Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Jeep. Ein leistungsstarker Motor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. In diesem Auto sind sie vom Komfort umgeben. Es ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Das Auto ist mit einer Rückfahrkamera, vorderen und hinteren Parksensoren und Xenon-Scheinwerfern ausgerüstet. Zur kompletten Ausrüstung gehören auch ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017